Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, wenn man sich die Diskussion zwischen CDU und SPD anhört, dann kann man wirklich sagen, ein Esel nennt den anderen Langohr. Das ist Ihre Diskussion und Ihre Streitkultur hier. Deutschland aktuell verändert sich in rasender Geschwindigkeit. Ehemals das wirtschaftliche Aushängeschild in Europa sind wir auf dem besten Weg, vom Geber zum Empfängerland zu werden. Der furchtbare Umstand des Ukraine-Kriegs zerreißt Europa, und Deutschland befindet sich in einer neuen dauerhaften Abhängigkeit zu den USA. Über die wirklichen Ursachen, Herr Scholz, haben Sie kein einziges Wort verloren. Mittels eines weitreichenden wirtschaftlichen Sanktionsregimes gegen Russland werden wir uns Stück für Stück isolieren und die Handlungsmöglichkeiten einschränken. Der von Robert Habeck angezettelte Wirtschaftskrieg auf Basis dieser Sanktionen schadet Deutschland, unseren Bürgern, aber nicht Russland. Anstelle den Ukraine-Krieg schnellstmöglich beenden zu wollen, liefert die Bundesregierung weiter schwere Waffen. Anstelle auf allen diplomatischen Wegen zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln, zum Beispiel mit einer Friedenskonferenz hier in Berlin wird medial immer wieder Öl ins Feuer gegossen. Anstelle deeskalierend zu wirken, möchte die Bundesregierung ihre Ideologien durchsetzen. Ergebnis? Russland hat die Lieferung von Erdgas über Nord Stream 1 eingestellt, bis die Sanktionen aufgehoben sind. Da muss man wirklich fragen, macht Sie das eigentlich nicht nachdenklich? Stehen hier die eingesetzten Mittel und die Ergebnisse noch in einem Verhältnis, das Deutschland nutzt? Fragen Sie sich das. Russland sei kein zuverlässiger Partner mehr, hat Bundeskanzler Scholz gesagt. Herr Bundeskanzler, auch Partnerschaften müssen gepflegt werden. Hätten Sie alle hier wirklich geglaubt, dass Russland diese Sanktionen demütig entgegennimmt? Auch stellt sich die Frage unserer Zuverlässigkeit. Haben wir die langfristigen Förderverträge aufgekündigt? Welche Fördermengen wurden eigentlich bestellt? Gas oder Öl? Wurden die abgenommen? Was haben wir eigentlich bezahlt? Fragen über Fragen, die die Bundesregierung nicht beantwortet. Die Bundesregierung treibt in dieser Situation siegesgewiss die Energiewende munter voran, haben wir ja heute gehört, ohne Rücksicht darauf, die Bürger im eigenen Land zu verlieren. Denn das Ziel der Energiewende ist gescheitert bzw. war nie erreichbar. Da erstens ein Energieträger durch einen anderen ersetzt werden sollte, zweitens wir weiter auf fossile Energieträger oder Kernenergie angewiesen sind. Im Übrigen hätten wir hier, Herr Merz, in diesem Bundestag eine Mehrheit, die Kernenergie weiter zu betreiben. Und drittens fragen Sie weiter dazu bei, dass der Energiebedarf weiter wächst. Politische Ziele, Maßnahmen wie Digitalisierung, Elektromobilität, um den Ausstoß von CO2 zu reduzieren oder jetzt die Glorifizierung der Luftwärmepumpe zeigen, dass Sie sich stets ausschnittsweise mit Problemlösungen beschäftigen. Und ich frage Sie, leider ist Herr Habeck jetzt weg, kennen Sie sich wirklich so schlecht aus oder ist es Ihnen einfach nur egal, wie unsere Bürger Ihr Leben bestreiten sollen? Aber das haben Sie ja gestern auch eindrucksvoll abends bewiesen. Und da muss man sich wirklich fragen, Herr Habeck, Sie haben von Wirtschaft wirklich so viel Ahnung wie ein Blinder von Farbe. Und lassen Sie mich mal kurz darstellen, warum bald viele Wohnungen und Häuser kalt bleiben. Was meinen Sie, wie wird eine Luftwärmepumpe eigentlich angetrieben? Und da möchte ich Ihnen ein klassisches Beispiel geben, damit wir mal die rücklichen Zahlen sehen. Ein energetisch saniertes Haus, ein Einfamilienhaus, 250 Quadratmeter, eine fünfköpfige Familie, bezahlt im Jahr 2021 Gas bei einem Verbrauch von 24.000 kW, bei einem KW-Preis von 5,4 Cent von 1.470 Euro. Aktuell muss diese Familie bei gleichem Verbrauch und 30 Cent die Kilowattstunde 7.370 Euro Gas bezahlen. Plus Habecks Gasumlage von 580 Euro sind 7.950 Euro. Das ist die fast Versiebenfachung des Energiepreises. Und da nutzen auch keine 200 oder 300 Euro Almosen was, liebe Freunde. Und wenn ich jetzt auf die Wärmepumpe gehe, wenn ich jetzt auf die Wärmepumpe gehe von Habeck, ja das Allheilmittel, dann würde dieses Haus zwischen 8.000 kW und 10.000 kW verbrauchen, weil eine Wärmepumpe natürlich Strom braucht. Beim aktuellen Kilowattstundenpreis von Strom von 63 Cent würde das bedeuten 6.400 Euro mit der Wärmepumpe. Aber Herr Habeck müsste natürlich den Energieanbieter immer grün nehmen. Das ist ja eigentlich den Leuten auch schuldig. Dort beträgt der Kilowattstundenpreis 1 Euro. Können Sie alle nachschauen. Das würde bedeuten 10.000 Euro Stromkosten für dieses Haus. Und daran zerplatzt Ihre grüne Ideologie allein an diesem Rechenbeispiel. Einfach mal nachrechnen. Und wo wir gerade bei den bestehenden Häusern sind, oftmals müssten diese ja auch komplett saniert werden, damit diese Heizsysteme dort überhaupt funktionieren. Aktuell haben wir 32 Millionen Wohnungen, also knapp 80 Prozent, die älter als 30 Jahre sind, die da in Frage kommen, die diese umrüsten müssten auf Fußbundheizung, Dämm- und Belüftungssysteme, damit überhaupt eine Fußbundheizung, eine Wärmepumpe funktioniert. Es kann natürlich auch sein, muss man wirklich sagen, dass die Bundesregierung auch hier wieder einen Plan in der Tasche hat nach 19 Grad im Wohnzimmer. Den Waschlappen haben wir ja schon gehört. Einmal Duschen pro Woche kommen vielleicht noch die staatlich verordneten Wollsocken dazu, nach der Maskenpflicht. Also hier sieht man diese unglaubliche Ideologie der Bundesregierung. Und das eigentlich Unglaubliche an dieser wahren Geschichte, sie wird auch noch staatlich gefördert. Werte Bundesregierung, Sie befinden sich nicht in einem Planspielpolitik. Was Sie hier betreiben, wird zur bitteren Realität für alle Bürger und Unternehmen. Und Sie verhöhnen alle, die tagtäglich zur Wertschöpfung beitragen. Denn Ihre Vorschläge, Sie tragen nicht. Es kann natürlich auch daran liegen, dass sich kaum jemand in Ihren Reihen mit Machbarkeit überhaupt noch auseinandersetzt. Wasser kommt eben aus der Leitung, Strom kommt aus der Steckdose. Das ist Ihre Politik. Setzen Sie doch zur Abwechslung mal mit den Leuten zusammen, die von Technik Ahnung haben, die diese Technik verbauen. Das sind die Handwerker, die können Ihre zauberhaften Geschichten aus Ihren Kinderbüchern in die Lebenswirklichkeit umsetzen. Und sollten Sie denn in Deutschland noch einen Handwerker finden, der in den nächsten Jahren noch freie Termine hat, wäre das sicherlich gut. Sollte Sie dann auch noch das Baumaterial verfügen, weil die Lieferketten, die Sie zerstört haben, noch vorhanden sind, wäre es noch besser. Allerdings sorgen Sie mit Ihrer Wirtschafts- und Bildungspolitik seit Jahrzehnten dafür, dass es bald keinen Mittelstand mehr geben wird. Erdrückt unter der enormen Abgabenlast, gegängelt durch Zertifizierung der Europäischen Union sorgt Ihre desaströse Energiewendepolitik endgültig für den Tod vieler Branchen. Und es hat bereits leider begonnen. Sie sehen, wir haben es hier mit dem Ausverkauf unserer Interessen zu tun. Die Bundesregierung steht sich selbst und unserem Land im Wege. Und glauben Sie wirklich, dass die Menschen nicht erkennen, wer Sie hier für Spielchen treiben? Es geht hier um den Wohlstand, den unsere Eltern, den unsere Großeltern erarbeitet haben, um Wohlstand und vor allem auch um Werte, die über Generationen in den Familien gewachsen sind. Grüne Ideologen zerstören alles in Windeseile. Und das Verheerende ist, dass die ehemalige Mittelstands- und Handwerkerpartei FDP hier auch noch Beifall klatscht. Sie sind genauso gescheitert. Liebe Bürger, Sie bekommen von dieser Bundesregierung keine ehrlichen alternativen Angebot. Die Politik dieser Ampelkoalition erklärt immer zuerst, was es nicht mehr geben darf. Falls notwendig, wird sanktioniert, um den eigenen Willen durchzusetzen oder sogenannten Freunden zu gefallen. Die Ampelregierung verliert den Gesamtzusammenhang vollkommen aus dem Blick. Sie betreibt Flickschusterei mit dem Ergebnis, dass wir mehr und mehr unseres wirtschaftlichen Wohlstandes verlieren. Die milliardenschweren Rettungspakete, mit denen Sie hier Erfolge Ihrer Regierungspolitik verkaufen wollen, haben die Menschen da draußen alle hart erwirtschaftet. Vergessen Sie das bitte nicht. Und alles, was den Deutschen vielleicht gefällt oder nicht mehr gefällt, das werden Sie jetzt auch auf der Straße kundtun dürfen. Und das ist Ihr Grundrecht, auf die Straße zu gehen, um zu demonstrieren. Das ist das, was jedem Bürger freisteht. Und deshalb zum Abschluss. Wir brauchen weiterhin russisches Gas, um eine grundlastfähige Reform des Energiesektors zu verwirklichen. Und darin sind sich der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und die Alternative für Deutschland einig. Deshalb, Herr Bundeskanzler, schaffen Sie Tatsachen und machen Sie Schluss mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Wir brauchen eine interessegeleitete Außenpolitik für Deutschland und den Kontinent Europa. Vielen Dank. Andreas Autrich hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.